hallo schön grüßt euch herzlich willkommen auf meinem kanal zur nächsten mod vorstellung für transportweaver 2 heute eine richtig geile mod die mir durch die lappen gegangen ist ganz ehrlich die kam schon am 14 märz raus es handelt sich dabei um den hauptbahnhof düsseldorf den es ja schon in teil 1 gab und den die modwerkstatt jetzt für teil 2 fit gemacht hat namentlich der guapo 298 vielen lieben dank dafür und der download link unten in der video beschreibung ich ja keine ahnung warum mir durchgegangen ist ich war eigentlich der meinung ich hätte letzte woche mal bei der modwerkstatt reingeguckt aber anscheinend war dem doch nicht so war vielleicht mal ein anderes ich keine ahnung ja schauen wir uns mal an zu finden natürlich unten unter schiene und dann gebäude und dann haben wir hier hinten den hauptbahnhof düsseldorf gehen wir hier auf sechs gleise und machen wir 23 meter dann ruckelt das ganze nicht so das ganze ist nicht modular sondern ist ein fertiger bahnhof den wir setzen können aber das macht das ganze nicht minder geil weil der bahnhof an sich ist richtig schick und den wollte ich ja habe ich in der schwimmenfolge auch gesagt hier hinsetzen aber der war mir zu groß zu wuchtig für dieses städtchen was hierhin soll aber den werde ich auf jeden fall noch im verbauen ja der eine oder andere fragt sich jetzt wenn dir der entgangen ist wie konntest du dann überlegen den hier hinzubauen ich hatte den tatsächlich schon privat konvertiert in so ein bahnhof set drin mit bahnhöfen aus transport fieber 1 und deswegen hatte ich den schon quasi längere zeit zur verfügung durfte natürlich aber nicht öffentlich weitergeben aus urheberrechtlichen gründen aber jetzt ist er ganz öffentlich und ganz offiziell veröffentlicht worden bei der mod werkstatt und deswegen kann ich jetzt auch vorstellen und euch zeigen ja ihr seht hier wir können von zwei bis 16 gleisen den ausstatten und ihr seht auch die bahnsteiglängen sind unterschiedlich das macht den bahnhof auch ziemlich cool und einzigartig glaube ich sogar lasst mich kurz überlegen mir fällt gerade kein bahnhof ein der unterschiedliche längen hat den man fertig setzen kann modular geht das natürlich wunderbar habe ich ja hier auch gemacht ja aber was ist das jetzt hier das für eine kante das sieht ja seltsam aus kommen denn die kannte hier kleiner glitsch egal ja das macht den bahnhof hat richtig toll ich finde für zwei gleise ist es ganz groß die gebäude halt er kann ja jeder für sich selbst entscheiden ich würde so sagen ab ab sechs gleisen kann man das schon machen weil bei vier gleisen seht ihr habt ihr dann gleich lange bahnsteige aber ab sechs gleisen ist das ganze dann noch unterschiedlich wir haben wir das hausgleis quasi ein wenig kürzer als die beiden mittelgleise hier und dann haben wir hinten noch dreimal kürzere gleise wir haben hier eine überführung da müssten eigentlich auch wenn mich nicht alles täuscht genau da gehen dann auch die passagiere um durch ihr seht ich kurz gucken die quatsch die gehen unten drunter durch hier oben geht keiner durch haben wir dann hier unten die unterführung quasi passagiere gehen dann hier rein dass wir mal kurz gucken gehen hier rein und laufen dann unten drunter durch genau und kommen dann muss ich irgendwo wieder rauskommen genau hier kommen sie wieder raus aus den aufgängen machen wir mal wieder aus übrigens alt gr und d dann könnte ich hier dieses menü aufmachen falls die frage aufkommt nehmen wir noch mal weg oder besser gesagt wir können ja draufklicken und konfigurieren weil das ganze hier mit 16 gleisen 480 meter unterschiedliche bahnsteiglenken kann man mal ausstellen wer es gerne einheitlich hat und dann können wir hier das ganze mit bis zu 16 gleisen bauen absolut genial die neue heute im kiosk hier im bahnhof die neue bahn card 25 quer durch die mittlere map zum dreiviertel preis cool er war tatsächlich neben kanjis modernen hauptbahnhof einer meiner lieblings bahnhöfe aus teil 1 immer auf beiden seiten den eingang gerade diese überführung hier in der mitte die macht den bahnhof schon richtig schick dann haben wir hier noch sky werbung alle spiele live mölchengladbach gegen leverkusen auch abfahrtstafeln die c nach berlin dann haben wir hier die s-bahn nach viessen hier auch und hier auch was haben wir noch hier fährt nur der ic nach berlin oder die s-bahn nach fiesen ein quatsch ist natürlich ist jetzt nicht an jeder abfahrtstafel anderer zug angeschlagen hier haben wir den ic nach münchen alles gut kleines gimmick noch dann haben wir hier das hauptgebäude ist auch noch eine uhr dran kurz auf die uhr gucken wir haben tatsächlich zehn von neun also scheint die uhr sich auch wirklich an die an die reale realistische zeit zu halten also die zeit die wir auch in real haben haben die kakadu reisehotels drin das deutsche bahn logo hier nochmal hauptbahnhof currywurst boot ist auch dabei hier haben wir auch noch so ein übergang sehe ich gerade auch schön ist mir noch nie aufgefallen hier auch noch mal das ist aber glaube ich nur beim hausgleich hier vorne genau wenn wir noch mal aus mit die gleise hier anzuschließen und das geht ja alles ohne probleme da hat man ja ab und an bei bahnhöfen die erscheinen das problem dass man da keine gleise rausziehen kann dass man eine kollisionswarnung bekommt aber hier ist das ganze problemlos möglich und das schöne ist natürlich man könnte sich jetzt hier noch einen abstellgleis reinziehen oder halt hier im bahnwurfs das wollte ich eigentlich nicht oder halt im bahnwurfsvorfeld hier gleich eine weiche setzen auch extrem heiß kann man sich prima ausgestalten und was man noch machen kann wenn man die modras mod aktiviert hat dann kann man sich noch wenn ich es auf die schnelle finde hier nicht waren wir die bahnwurfs der modras mod wahrscheinlich ganz hinten wie immer genau hier haben wir noch dächer das hier kann man das noch länger machen bahnsteig höhe ich hätte das aber gerne länger skalierung länge damals lassen wir es jetzt einfach so ich will euch das ja nur mal zeigen da könnte man sich hier klar passt das nicht zu den anderen dächern aber ist halt ein bisschen renoviert ein paar neue dächer die bahn aufgestellt könnte man sich jeder noch per hand dächer reinsetzen wenn man da bock drauf hat so wenn man möchte ich jetzt nur so kleiner kleiner bastel anreiz ja schöner bahnhof gefällt mir sehr gut riesen dank nochmal an alle beteiligten dass es diesen bahnhof jetzt auch offiziell für transport über zwei gibt download link in der beschreibung wie gesagt und viel spaß damit ich bin raus bis bald ciao ciao